Hallo ihr Lieben, das ist Jürgen von Syrings Production und das ist Piet von Ice Cream Production. Und wir beide hatten eine geniale Idee. Nachdem wir im letzten Jahr viele Livestreams zugunsten Hamburger Künstler aus unserem Studio gestreamt haben und zu Spenden aufgerufen haben, möchten wir heute ein Konzert vorstellen, was hier im Rahmen einer Vernissage zu einer Ausstellung über das Leben und Werk Uga Willemsons entstand. Viele kennen ihn vielleicht gar nicht, aber ein genialer Moderator, Autor und Bücherschreiber und auch ein toller Mensch und toller Freund. Der hatte übrigens gestern Geburtstag. Uga Willemson war ein großer Freund und Kenner der Jazzmusik und vielleicht kannte er auch Klingklong. Klingklong hat vor 38 Jahren ihr erstes Album produziert, ihr zweites gerade eben hier bei Syrings. Uga Willemson hat in den letzten Jahren seines Lebens sich sehr in Afghanistan engagiert. Er war vor Ort, hat viele Projekte mitbegründet, unter anderem eine Schule am Rande von Kabul, ein Gymnasium für junge Mädchen. Wir hatten hier auf der Vernissage Christina Ile vom afghanischen Frauenverein und in den Gesprächen mit ihr hat die Band und wir die Idee entwickelt, dass wir diesen Stream als Spendenaufruf für dieses Gymnasium in Kabul, was den Namen von Uga Willemson trägt, auslogen. Wir wünschen, dass viele Spenden zusammenkommen. Die Situation vor Ort ist bedrohlich. Ja, mehr denn je. Also ich meine, das ist in den Schlagzeilen. Und insofern, der Livestream ist frei, aber fühlt euch auch frei, für dieses Projekt zu spenden. Applaus Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Und insofern, der Livestream ist frei, für dieses Projekt zu spenden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 creek certification大家 Mensch kann Sender sein. Wunderbar, ihr macht es uns gleich. Vielen Dank. Jeder Mensch kann ein Sender sein, wenn es tatsächlich so kommt, wie wir das so hoffen, dass irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht Anfang nächsten Jahres ein Album von uns erscheint, dann wird es wahrscheinlich heißen Jeder Mensch kann ein Sender sein. Und wer mehr wissen will über und von Alexander Kluge, er hat so viel gefilmt und geschrieben, also greift zu. Und dann kann man auch nachvollziehen, was er damit meint, mit jeder Mensch kann ein Sender sein. Es geht zurück auf eine Radiotheorie von Bert Brecht in den 20er Jahren geschrieben, da wusste er noch nichts von dem Big Five, also dem großen Tech-Konzern, die gab es auch noch nicht. Also ihr wisst schon. Insofern, und wir haben das vielleicht noch als kleine Brücke zur Geschichte der Band 1981 tatsächlich uns kennengelernt, als einige von uns in Marburg studiert haben im Hauptfach Germanistik. Und tatsächlich haben wir uns mit Alexander Kluge Kluge, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble. Und dann haben wir uns mit dem Kluge, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble. Und dann haben wir uns mit dem Kluge, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble, Herr Schäuble. Herr Schäuble, 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 Herr Schäuble. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, yeah, it's nice All this time to want is justice Oh, it's nice to see some people change their mind Head of the NFL Said, yeah, maybe we was wrong Football players Maybe they did have the right to peacefully protest Well, don't apologize Give Colin Kaepernick a job Don't come with some empty apology Take a man's livelihood Strip a man down of his talents And four years later And four years later When the whole world is marching All of a sudden you go And do a FaceTime Talking about you sorry Minimizing the value of our lives You sorry You sorry Then repay the damage you did to the career You stood down Cause when Colin took a knee He took it for the families in this building And we don't want an apology We want him repay Enough is enough 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 Equal justice Equal sex We're not anti-anybody We are trying to stop people from being anti-us We want the law to apply equally And you don't need a whole lot of study about that Yes, we need the law Yes, the Congress has stepped up The Congressional Black Caucus has come Yes, we need to close these no-knock laws Yes, we need to stop where policemen can just say Based on what they fought Thank you Thank you Thank you Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist wirklich? Wir kriegen plötzlich eine Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wir kriegen plötzlich eine Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. 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 Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Wirklichkeit, die wir gewohnt sind. Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Vor und nach, nach und vor Vor und nach, Teile Vor und nach, nach und vor Vor und nach, Teile Vor und nach, nach und vor Vor und nach, nach Vor und 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 nach, nach und vor Vor und nach, nach und vor Vor und nach, Teile Vor und nach, Teile und teile, 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 und teile Wer hat ihn erkannt? Thomas, richtig, Thomas de Maizière Zeitmassen Zeitmassen Dann gibt es zwei große Bereiche der Erfahrung. Das eine ist die Arbeitswelt und das andere ist die Intimwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sind die großen Zeitmassen, in denen Menschen ihre Erfahrung machen. Zeitmassen 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 Das ist ein Zeitmasken. Zeitmasken. Wenn ich sie austauschen kann, wenn ich meine Erfahrungen im Dialog verwandle, dann entsteht ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. 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 Musik Musik Und wenn Menschen Erfahrung machen, das macht nicht jeder Mensch, dann ändert sich diese Erfahrung zum Selbstbewusstsein in positiv, wenn ich sie austauschen kann. Wenn ich meine Erfahrung im Dialog verwandle mit anderen Menschen, das ist das eigentlich, was eine Öffentlichkeit gewirkt, dann entsteht ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. Ronad Musolf, Keyboard. Stefan Hens, Gitarre. Ich bin Stefan am Saxophon, das ist Sascha Siebenmorgen am Bass. Jogi Jokosch und Dirk Donau. Und wir grüßen Richard und Hubel. Vielen Dank. Applaus Applaus Arbeitswelt Jeder Mensch 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 Intimwelt Mensch Kann Kann Arbeitswelt Kann Intim Kann ein Sender sein Welt Sender sein Jeder Mensch Was ist wirklich Kann ein Sender sein Arbeitswelt Sender sein Sender sein Intimwelt Was ist wirklich Jeder Mensch Jeder 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 Mensch Was Jeder Ist wirklich Kann ein Sender sein Was ist wirklich Sender sein Jeder Jeder Mensch Jeder Mensch Kann ein Sender sein Jeder Jeder Mensch Kann ein Sender sein Jeder Mensch Kann ein Sender sein Jeder Mensch Kann ein Sender sein Sender sein Jeder Mensch Jeder Mensch Kann ein Sender sein Jeder Mensch Kann ein Sender sein Sender sein Jeder Mensch Jeder Mensch kann ein Sender sein. 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 Musik Musik Everyone is a radio Everybody is a radio Everyone is a radio Everyone is a radio Jeder Mensch kann Sender sein Everybody is a radio Everyone is a radio Jeder Mensch kann Sender sein Everyone is a radio Everybody is a radio Everyone is a radio Everyone is a radio Everybody is a radio Everyone is a radio 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 Da, da, da... Das ist gut zu fliegen. Eins, zwei, drei. Vielen Dank. Danke. War schön, hier zu sein. Jetzt müssen wir auch ein bisschen Party machen. Sieben Tage hart gearbeitet. Vielen Dank.